Norddeutscher Rundfunk 2021 Auf und Davon. Mit der Mobiliar. Versicherungen und Vorsorge. Rausinsteigen einfliegen, fliegen mit den Vögel fortkommen. Jetzt ist es verdammt kalt. Auf und Davon. Viele wollen es, nur wenige tun es. Letztes Jahr haben wir Auswanderer bei ihrem Abenteuer begleitet. Wie geht es ihnen heute? Wir haben sie erneut besucht. Marina Marrer und Maik Horstädtler eröffnen nach heftigen Startschwierigkeiten in Florida einen Waffelshop. Bald schon arbeiten sie über 100 Std. in der Woche. Maik erleidet einen Zusammenbruch. Ich habe jeden Tag im Geschäft und dann sagte mein Körper Stopp. Schau mal, wo ich ausgesehen habe. Ja, du kannst ein bisschen zornen. Wie ein Leich. Wie ein Leich habe ich ausgesehen. Jetzt ist Maik wieder zurück im Geschäft. Ready? Because I'm ready. I'm ready to. Und er konnte sich einen weiteren Traum erfüllen. Da fahr ich los. Bauernfamilie Wieser zieht an die französische Atlantikküste. Sie übernehmen einen Hof mit 400 Tieren. Von einem Tag auf den anderen werden sie zu einem der grössten Milchproduzenten der Region. Ein Jahr später. Frankreich leidet unter einer Jahrhundertdürre. Auch der Hof unserer Auswandererfamilie ist betroffen. Das ist nicht lustig. Wir Bauern dürfen nicht mehr bewässern. Das ist ein Verbot. Diesen Sommer in der Toskana im Agriturismo von Eva Dudle und Philipp Squaitamati. Eva gibt das Auswanderungsprojekt auf. Ja, heute, so Gott will, werde ich es von denen verkaufen. Philipp und Eva kennen sich zwei Jahre, als sie das Abenteuer Auswanderung wagen. Ihr Projekt? Ein bäuerlicher Gästebetrieb mit sechs Ferienwohnungen samt Swimmingpool und 18 Hektar Land. Die beiden Pensionäre werden zu Jungbauern. Philipps erstes Projekt ist ein Olivenhain. Ein Olivenhain mit 800 Bäumchen. Philipp Squaitamati's Vermächtnis in der Toskana. Nach einer schweren Krankheit ist er knapp ein Jahr nach seiner Auswanderung verstorben. Es ist nun sein Freund Alfonso Gianni, der sich um die Bäumchen kümmert. ist ihm ein Lecker und technisch. Ich mag es sehr, 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 sehr. Ich mag es sehr, sehr, sehr. Man hat mich sehr, sehr. Ich mag es sehr, 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 sehr Onlincado. Der Olivenhain war Philips Herzensprojekt. Dabei hatte es so schön begonnen. Im Frühling 2021 reist Philipp Sguaita Matti mit einer grossen Vision im Herzen in die Toskana. Als Gutsverwalter des Agriturismo muss er erste Vorbereitungen treffen. Die Strassen fuhren wir so viele, wo wir die Häuser gesucht haben. Das ist wie nach Hause gekommen. Die Liebe zu Italien hat Philipp im Blut. Seine Grosseltern stammen von hier. Er kennt die Mentalität und sein Italienisch ist perfekt. Freude und Wandel und viele Erwartungen. Erwartungen an ein Abenteuer, etwas, das ich auch mit meinen Händen schaffen kann. Und das ist unser Heim mit den Häusern. Um als Agriturismo zu gelten, müssen die Zürcher Landwirtschaft betreiben. Philipp lässt 800 Olivenbäume anpflanzen. Während in Italien Philipp die Verantwortung trägt, arbeitet die Kapitalgeberin Eva in der Schweiz weiter. Kinder haben Evas ganzes Leben bestimmt. Es kann nicht jeder etwas machen, aber dann gibt es kein Schloss miteinander. Sie ist Kindergartenlehrerin und selber Mutter von sieben Kindern. Die Rentnerin ist froh, weiterhin Geld zu verdienen. Wir haben von Anfang an klar gesagt, ich bleibe hier in der Schweiz und arbeite noch weiter. Ich wollte das auch. Und er soll jetzt mal die ganze Aufbauarbeit machen, mit dem ganzen Behörden-Zeugs. Ich kann ja nicht so gut Italienisch, dass ich das auch kenne. Und ja. Zum Abschluss machen wir jetzt das dritte Restaurant. Und die Prinzessin treffen alle hier unten durchlaufen und sich anlegen. Damit die Olivenbäumchen perfekt anwachsen können, muss Jungbauer Philipp die jungen Pflanzen bewässern. Es ist etwas ganz Neues und ich habe richtig den Klausch drauf. Giulio, der Sohn seines Freundes Alfonso, hilft ihm dabei. Das ist also ein rechter Krampf. Im Ganzen sind es 800 Bäume. Also es ist nicht eine kleine Rosenplantage, sondern es ist wirklich etwas dran. Ja. Während der Sommerferien ist auch Eva in die Toskana gereist. Die Zürcher sind auf Einkaufstour. Warte. Hat es jemanden rein? Ja. Ist jemanden rein? Ja. Una Persona alle Vorte, Signora. Ahah. Buongiorno. Come va? Tutto bene, sì? Tutto bene? Sì. C'è la Signora che deve avere un sacco di cose. Sì. Sì, sì. Lei… Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, tutto bene? Sì. Di Mario. Pinario per tende. Ma quello in plastica? No, no. In metall? In metall? Sì, sì. Si, va bene. Due. Et un'altra di rame. Vier. Neue Vorhangstangen für die Ferienwohnungen. Gutsverwalter Philipp bringt die Bescheinigung, dass sie eine Firma besitzen. So können sie gewisse Ausgaben steuerlich absetzen. Hier. Allora, grazie. Arrivederci. Altrittanto grazie. Hast du alles? Jawolle, ich hoffe. Musik Sommer 2022 auf dem Hof der Bauernfamilie Wieser im französischen Pays de la Loire. Es ist heiß und trocken. Die Natur leidet unter einer historischen Dürre. Wer kann, flüchtet in den Schatten. Auch Bauernsohn Can hat ein Plätzchen gefunden. Die Bäume und Sträucher sind einem enormen Stress ausgesetzt. Um zu überleben, werfen einzelne schon jetzt die Blätter ab. Eigentlich leben die Wiesers in einer wasserreichen Gegend. Doch jetzt sind Teile der Loire praktisch ausgetrocknet. Während Wochen durften die Bauern nur nachts bewässern. Jetzt ist auch damit Schluss. Frankreich hat den Notstand ausgerufen. Es gilt ein absolutes Bewässerungsverbot. Das Jammern bringt ja nichts. Wenn ich jetzt hier vor mich einjammer, dass es so trocken ist ... Mittlerweile weiss jeder Mensch, dass es trocken ist. Ich kann sie nicht ändern. Man muss einfach den Leinstift ein wenig spitzen. Trotz Dürre und Hitze, die Bauern haben oft Besuch. Seit ein paar Tagen ist Sohn Sascha mit einem Freund da. Sie vergrössern den Schattenplatz für die Hühner. Im Moment ist es sicher nicht lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, der Mais ist auch nicht wirklich knusprig. Wir müssten ihn zukaufen, wie es aussieht. Wenn es jetzt geregnet wäre, wären wir mit dem Maisflat gewesen. Die Maiskölbe wären richtig gewesen, sie sind jetzt klein. Das ist schon so. Das ist schon eine Katastrophe. Eine Katastrophe ist dann, wenn wir gar nichts hätten, wenn jetzt der ganze Mais hinüber gewesen wäre. Dann wäre es schon mal etwas anderes. Weil jetzt Preise so hoch sind, wenn wir jetzt in Frankreich über die anderen den Mais abkaufen wollen, das ist immens hochgegangen, die Preise jenseits von Gut und Böse, was sie hier machen. Aber da kommt es schon gut, da habe ich keine Bedenken. Es kommt den Wiesers zugute, dass sie für ihre 400 Kühe nicht nur Mais, sondern auch Gras angebaut haben. Die Wasserleitung, die Sandro für die nächtliche Bewässerung extra angelegt hatte, muss er wieder zusammenpacken. Die Wasserleitung ist sicherlich nicht so wirklich aussagekräftig, aber ich fange mal mit dem Kolben an. Wenn wir so einen Kolben nehmen, ist er sicherlich mal ein Drittel so gross, wie er wirklich sein soll. Klar, kein Wasser, kann er auch nicht wachsen. Er ist sehr schlecht ausgebildet. Also man sieht den Wassermangel ganz klar gerade schon. Also die Körnereien sind nicht vollständig. Manchmal müsste das schön gerade in die Ziele geben. Aber der meiste müsste da einen Meter höher sein und der Kolben muss mindestens doppelt so, ob das lange sein soll. Die Ernte an eine Dürre verlieren, das hätte sich Sandro wohl kaum vorstellen können, als er vor über einem Jahr kurz vor dem Auswandern stand. In der Schweiz bewirtschafteten die Wieser seinen kleinen Hof mit 50 Kühen. Hauptberuflich war Sandro in der Finanzbranche tätig. Der Hof war sein Hobby. Jetzt haben wir noch die Kuh 2. Das nervt mich nicht an der Schweiz. Es ist, wie ich Bauern will. Ja, das ist in der Schweiz nicht mehr so gefragt. Also da bin ich zu fest ökonom, dass ich sagen muss, dass ich ein investierter Kapital hier nicht mehr rauswirtschaften möchte, so wie ich es gerne hätte. Ich bin sehr begeistert und tschüss, 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 tschüss. Alles gut, Sie kommen jetzt, ja. Hä? Haben wir alles Maske, gelb? Hallo, das ist meine Johnabona, ich bin Sashibaschi. Eben, die Kinder, die grossen zwei. Da fehlt schon. Ja, und wenn man solche Sachen sieht, ja, das ist natürlich nicht ein Zweifel, aber ja, man hat Entscheidungen getroffen und mit den Konsequenzen muss man immer leben. Es ist nicht so, dass ich es jetzt für sage, dass ich es bereue, dass wir ausgewandert sind. Im Gegenteil. Ich meine, da haben wir eine Existenz und etwas zum Aufbauen. Und das, was in der Schweiz war, ist ja, Hobby. Ihre neue Existenz, der Hof Lesubiers. Im Frühjahr 2021 wechseln 359 Tiere, der Futterbestand und die landwirtschaftlichen Maschinen ihren Besitzer. Im hofeigenen Büro wird überschrieben. Ich würde jetzt mal sagen, 90% habe ich definitiv nicht verstanden, bin ich ehrlich. 10% habe ich verstanden, spätestens Aperos, Kaffee und ja, das war es dann etwa. In dieser Million Euro noch nicht inbegriffen sind die Gebäude, das Wohnhaus und das Grundstück. Das ist einerseits einen Hof verkaufen, einerseits Zelt abbrechen, andererseits Zelt wieder aufstellen, den Hof kaufen. Zwischendurch sicherlich das eine oder andere Mal der Gewissensbiss ist der richtige Entscheid. Es ist eigentlich jetzt einfach eine gute Geschichte, dass wir das immer wieder machen können, weil das Schlag auf Schlag gegangen ist. Die Zeit ist bei mir überhaupt nicht präsent in der Erinnerung, die ist präsent auf Bildmaterial. Unterschrieben und notariell beglaubigt, der riesige Hof gehört nun den Schweizern. Vor 20 Jahren sind Alexandra und Sandro ein Paar geworden. Alles war perfekt, sie heirateten. Doch ihre Geschichte hat einen Bruch. Ist es meine? Ja, ist es deine. Wenn ich soft bin, bist du. Ich bin jetzt soft. Nach sechs Ehejahren liessen sie sich wieder scheiden, doch gerade mal zwei Jahre später verliebten sie sich erneut und heirateten zum zweiten Mal. Hey nein! Mach mal! Zwei Erwachsenen, die zu doof sind, zu einem Mann anzuholen. Ich bin jetzt doof. Du siehst einfach die Kraft, siehst du einen Rücken auf dem Reifen. Jetzt musst du noch hinrutschen. Nein, ich wollte ein bisschen Distanz zu dir. Künstlich. Aber beziehungsweise finde ich, ich finde sie besser da. Pfff! Eigentlich meinst du sie selbst? Ja. Wie meinst du das? Ich finde sie einfach besser. Was willst du? Was hast du gekauft? Es ist harmonischer. Wir haben ja sonst niemanden. Du musst ja fast. Ah, das ist eine Zwangsehe. Ja, das ist eine Zwangsehe. Ja, das ist eine Zwangsehe. Das ist eine Zwangsehe. Das ist eine Zwangsehe. Das ist eine Zwangsehe. Und wenn ich mir in der Lage setze, wenn Canma später im Boot sitzt und er Ideen hat und wie ich dann reagieren würde, wäre ich auch kritisch. Und dann kommt es doch auch relativ gut. Ja. Ich darf jetzt mal, einfach leicht arrogant angehucht behaupten, ich habe den Laden eigentlich im Griff. Ich weiss, wo, wie, was, wann. Ja. Hm. Mhm. Temper in Florida. Unsere Auswanderer Marina und Mike haben eine neue Leidenschaft. Stand-up-Paddling. Und sie haben sogar Zeit dafür. Ja. Kannst du die Mama suchen? Was halt in den letzten zwei Jahren, wenn du nur schaffst, schaffst, merkst du, dass der Körper manchmal nicht mehr recht funktioniert. Von daher ist es momentan sicher schöner zu leben als noch vor zwei Jahren. Das ist absolut so, wo wir gestartet haben und alles schiefgelaufen ist. Aber umso schöner ist es jetzt. Lange hat das Glück einen grossen Bogen um sie gemacht. Und Zeit, dieses wertvolle Gut, war den beiden komplett abhandengekommen. Zuverlässige Angestellte halten ihnen nun den Rücken frei. Der Crystal River, knapp eine Stunde von ihrem Zuhause entfernt, ist das Reich der Manatees, der Seekühe. Die Säle, harmlose Riesenviecher. Dass die beiden ihr Leben in Florida endlich auch geniessen können, dafür brauchten sie wahrhaftig Stehvermögen. Aufhören wäre zweifellos einfacher gewesen. . Hier fing alles an. Reichenbach im Kandertal war ihr Zuhause. Hier führte Maik nebenberuflich ein Tattoo-Studio. Das war einmal. Tschüss und weg. Seine grosse Leidenschaft. Amerika ist seit bald 20 Jahren ein Traum. Ich war schon früher eher der Indianer-Coboy-Freak. Der Route 66, der mich immer gelustet hat. Endlich kann der Traum wahr werden. Ihr Ticket für Amerika sind Waffeln. Als Franchise-Nehmer wollen sie in Tampa einen Waffel-Shop eröffnen. Der Traum Amerika kommt mehr von Maik. Aber für mich war es immer schon ... Ich will nicht ewig am gleichen Ort bleiben. Ich will Neues erleben, neue Leute kennenlernen, möglichst viel erleben im Leben. Die Schweiz ist zu klein. Die Schweiz ist nicht von der ganzen Welt. Kalt Schnee. Bestens vorbereitet verlassen die beiden ehemaligen Polizisten kurz vor der Corona-Pandemie die Schweiz. Das ist so. Ja. 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 Cool. Ja. Ja. Nein. Nach fünf Monaten ist der Waffelshop im Grand Plaza Shopping Center noch immer eine Baustelle. Seit Wochen verlieren sie täglich Geld. Hey, man. How are you? Jetzt haben wir eine Frage. We're doing the floor here today. Ich sage jetzt, im Laden im Laden ca. 70'000 $. Hatte ich nicht geliebt. Die ganze Meublierung, die ganzen Dekosachen ... Alles in allem. Über einen Daumenpeil kostet uns alles. Die etwa 200'000 $. Das macht viele Dinge stärker. Du lernst durch die äusseren Einflüsse, die wir nicht steuern konnten, auch ganz anders mit gewissen Situationen umgehen. Was das Finanzielle anbelangt ... Ursprünglich hatten wir geplant, ... dass wir gewisse Geräte im Laden in ein Leasing nehmen. Das haben sie nicht gemacht, gestützt auf das Coronavirus. Wir haben ein Paar zu alt. Im Nachhinein sind wir natürlich mehr als happy, dass das ganze Inventar und alles, was im Laden drin ist, gehört uns. Wir sind niemandem Geld schuldig. Das schaue ich mittlerweile als Plus an. Das schaue ich positiv an. Zurück in die Toskana. Schon kurz nach der Auswanderung trennen sich die Zürcher wieder. Deswegen kommt das Agriturismo aufgeben nicht infrage. Sie werden zu Geschäftspartnern. Ihr Gästebetrieb ist noch nicht offiziell eröffnet, als sich unverhofft schon erste Besucherinnen anmelden. Eva ist überrumpelt. Schliesslich fehlen in der Küche noch Töpfe und Geschirr. Es hat noch einen unrealistischen Touch, weil es irgendwie ... Es gibt noch so viel zu machen, bis die kommen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das zu schaffen. Nur in dieser Wohnung ist die Küche schon eingebaut. Was würdest du da einziehen? Dann müssen wir noch Äsche putzen. Gutsverwalter Philipp ist in seinem Element. Einmal Zwetschgen. Hier in Italien kann er auch Gastgeber sein. Salve. Buonasera. Salve. Salve. Siete. I primi hospiti que habiamo qua. Siamo honorati. Geld war Eva nie wichtig. Gastfreundschaft steht bei ihr an oberster Stelle. Die Seele muss sich ja zuhause fühlen können. Und für mich gilt das ... Das ist für mich hier auch ganz wichtig. Ich will ja kein Kommerzunternehmen, sondern ... ... ich will wirklich ... ... etwas machen, das Leute zu schauen können. Ich finde, man sollte in ein solches Haus kommen und finden, ... boah, da bin ich wohl. Auch der Sommer 2021 ist trocken. Wochenlang regnet es nicht. Würden die jungen Bäumchen nicht bewässert, sie würden die heissen Monate kaum überleben. Noch dürfen die Zürcher den Wasserspeicher einer Nachbarin anzapfen. Sie haben die Zürcher in den Zürchern. Ja, wir sind hier. Ja, wir sind hier. Ja, wir sind hier. Ja, wir sind hier. Wir sind hier. Trotz der Nachbarschaftshilfe. Den Zürchern ist sehr wohl bewusst, dass sie dringend einen eigenen Grundwasserbrunnen brauchen. Denn ihre Quelle ist versiegt. Sie müssen 10'000 Euro zusätzlich in die Hand nehmen. Sie lassen sich von ihrem Treuhänder beraten. Dazu kommt, um den Status Agriturismo nicht zu verlieren, müssen sie weiter in die Landwirtschaft investieren, sonst drohen happige Nachsteuern. Noch mehr Land urbar machen, die Zürcher in den Zürchern hiesse Leute anstellen. Das kostet. Einen Kredit aufnehmen, empfehlen der Treuhänder und Philipp. Doch das kommt für Eva nicht infrage. Ich bin 67, ich will das wieder zurückzahlen können. Ich will keine Schulden haben. Ich muss nachher mit meiner AHV leben können. Und wenn ich Schulden habe, geht das schon gerade mal nicht. Trotz des Alters noch einmal durchstarten. Die Zürcher haben die Aufgabe sicherlich unterschätzt. Dank ihrer Lebenserfahrung weiss Eva aber auch, wann sie aufhören muss. Sie verabschiedet sich von Philipp und entscheidet sich, das Agriturismo aufzugeben. Auch Gutsverwalter Philipp muss Abschied nehmen. Das ist irgendwie so überwaltigend schön. Ich habe mich wahnsinnig gebunden an die Olivenbäume, an diese Gegend, an die Leute hier usw. Ich dachte, wir sind die Zweiten, die eine gute Idee haben, die gute Dinge haben, die einen guten Draht zum Land haben usw. und das ist eine gute Idee. Wenn es halt nicht klappt, klappt es halt nicht. Ach ja. Wenig später erkrankt Philipp Schwier und reist in die Schweiz zurück. Philipp stirbt im Kreise seiner Familie. Sommer 2022. Eva ist noch einmal in die Toskana zurückgekehrt. Es tut mir sehr leid, dass er seinen Traum nur so eine kurze Zeit leben konnte. Dass er alle die Freundschaften, die er hier knüpfen konnte, er musste verlassen. Ich habe erlebt, wie ein junger Mann in einer Eisenwarehandlung in Tränen ausgebrochen ist, als ich sagte, Philipp kommt nicht mehr zurück. Er ist so stark krank. Die Leute haben das sehr ... ... sehr mitgetragen und auch wirklich auch mitgeritten, denke ich. Das war ihm vielleicht gar nicht so bewusst, aber ich habe das dann quasi mitgekriegt, als ich im Dezember hier war. Und ... Ja, da merkte man einfach, wie er eigentlich schon sehr verwurzelt war und seine Leute hatte und wusste, was ihm gefällt. und ... ja. Emotional hat sich Eva schon vor geraumer Zeit von ihrem gemeinsamen Projekt Auswandern verabschiedet. Nun will sie das Agriturismo verkaufen. Ich ruge jetzt halt wieder auf und gehe wieder. Er hat seine Sachen auch schon geholt, die er noch konnte. Und von daher habe ich meine Familie hier. Das ist auch gut. Und die helfen mir jetzt, das alles wieder einpacken. Zum letzten Mal Ferien im Agriturismo der Nonna in der Toskana. Auch eine Freundin ist extra angereist. Eva ist froh, ihre Liebsten bei sich zu haben. Dann muss man einfach hier einen Knopf machen und dann abschneiden. Okay. Schau, Jan muss mitnehmen. Das Agriturismo soll in diesen Tagen den Besitzer wechseln. Auf dem Hof Les Obiers hat Bauernsohn Jan Glück. Den Swimmingpool hatten die Wiese schon vor Wochen gefüllt. Im Büro kauft Sandro einem Nachbarn 300 Tonnen Mais ab. Ja. Ja. 14,2. Ja. 11.000 Euro. 11.000 Euro. Ein unerwarteter Budgetposten. Ja. 2021 freuen sich die Wiesers über eine ausgezeichnete Ernte. Es schneidet. Die Arbeit macht dem ehemaligen Hobbybauern riesig Spass. Ja. Du darfst so weitergehen. Träumen darf man ja. Für die Realität ist man selber verantwortlich. Für den Schweizer ist es wichtig, seinen Tieren genügend Gras verfüttern zu können. Denn Gras ist proteinhaltiger als Mais. Die Bauern gönnen sich kaum eine Pause und oft wird es fast Mitternacht, bis die Maschinen stillstehen. Ja, 54 Hektar. Das war genau dreimal der Betrieb in der Schweiz. Das war schon verrückt. Hm. Ja, drei Mal. Aber das Schöne ist, wie sie mitmachen. Sie sind sich eigentlich nicht so gewohnt, in diesen Dimensionen Gras einzulieren. Gras ist für sie ein notwendiges Übel. Sie sind halt voll auf dem Mais festgefahren. Es gibt halt weniger Arbeit, der Mais. In der Schweiz silierte Sandrot 300 t Gras. Hier sind es fünfmal so viel, nebst 4'000 t Mais. in der Schweiz. Tschüss. 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 Ich weiss nicht, wie viele Male sich gefragt wurde, ob es auch eine Sommerferie war. Dann habe ich es mit der Schultern gezuckt und musste sagen, nein, ich habe mich entschieden, dass ich Bauer bin. Und das bin ich 365 Tage. Und im Moment erlaubt es einfach nicht, dass ich jetzt zwei Wochen Opa Lema beklick. Opa Lema? Gibt es das? Es geht einfach nicht. Es sind so viele Sachen am Laufen. Die Zeit würde kommen, wo wir uns das auch erlauben könnten. Aber sicherlich nicht. Ja, du willst einen Laden hochfahren. Ja, frag mal den Bill Gates, welcher der erste fünf Jahre Ferien gemacht hat. Das ist auch ein blöder Vergleich, aber es geht doch nicht. Also es ist ... Es ist einmal wirklich ... Bis ich 50 bin. Es geht ja nicht mehr so lange. Ähm, ist jetzt einfach mal wirklich eine Pinsel unten und gib ihm. Also es braucht doch auch noch zwei, die sagen ja. Definitiv. Und ich weiss auch, das andere ist ja nicht der, der vom Regen in die Raufen eingeht. Das weiss ich. Also da ist ja dann schon der Fels. Und ich weiss. Um den Nachwuchs auf Les Obiers kümmert sich die Bäuerin. Guck, guck, guck mal, wer da ist. So hat es Alexandra in der Schweiz gelernt. Fast jeden zweiten Tag kommt ein Junges zur Welt. Sechs Liter Milch kriegt jedes Kalbli. Der braucht extrem viel Kraft, aber nicht mehr lange. Das Daxylee ... Da kannst du schön zzzzzzzzzzzz, fräsen. Megacool. Ja. So arbeiten ist recht uncool. Noch schleppt sie die schweren Kannen selber. Das Daxylee hat sie erst bestellt. Mit diesem elektrischen Milchwagen wird die Fütterung der Kälber einfacher werden. Das ist Kultur. Ja, ich glaube, das ist wirklich Kultur. Die Landwirtschaftsbetriebe hier in Frankreich, die sind wirklich... Ich kenne so viele Bauern, die Bauern, die haben schöne Betriebe und die Frau geht auswärts zu arbeiten. Es ist da gar nicht gegeben, dass eine Frau auf dem Betrieb ist oder eine Maschine fährt oder etwas. Es ist da nicht... Nein, das ist eine ganz andere Welt. Eine Neuanschaffung haben sie bereits in Betrieb genommen, den automatischen Futteranschieber. Das ist der günstigste Mitarbeiter, den ich habe. Durch den Roboter spart er nicht nur Zeit, seine Tiere bekommen auch mehr Futter. Und somit steigt der Milchertrag. Die Ideen gehen dem Schweizer Bauern nicht aus. Das ist wirklich so. Das hat er schon als junger Mensch gehabt. Das hast du dort schon gehabt. Da wolltest du immer mehr. Wenn du es erreicht hast, hast du wieder etwas Neues angezogen. Und wenn du es dort erreicht hast, hast du wieder etwas Neues angezogen. Ja, es ist ja so. Ja, in der Landwirtschaft kannst du nicht sagen, du findest etwas, was du erträumt hast. Das ist ein Denken in Generationen, es ist ein Denken in Jahreszeiten, in Jahren. Und du musst nicht sagen, ich habe jetzt ein Projekt für ein, zwei Jahre, ein paar Küchen melken. Das geht sicherlich nicht. Das sind permanente Prozesse. Ist das eine schwierige Prognose zu machen? Ich sage nichts zu sagen, ja. Ich bin in Kanada. Was machst du denn dort? Vor dem Grafen. In Kanada? Ja. Er hat es nicht gemeint, willst du stehen? Er ist zu klein. Er ist zu klein? Ja, er ist der Vater. Um Monate verspätet, endlich nimmt Maiks und Marinas American Dream wieder Fahrt auf. Sie feiern die Eröffnung ihres Waffelladens. Im Fall ist der Schlotte, ich bin sehr nervös. Maik war einst Schreiner, dann jahrelang Polizist und nebenbei Tätowierer. Das HX-Business habe ich noch nie betrieben, das ist fremd für mich. Servieren und von daher bin ich schon ein bisschen nervös. Kurz vor der Eröffnung noch schnell die Soßen aufrühren. Okay. Mit dem Bohren. Ah, Scheisse. Willst du noch helfen? Ja, sicher. Aber Achtung, schau jetzt. Gehst du schnell? Ich war nicht der. Ah. Der Boden ist eh dreckig. Ja. 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 Lange ist unklar, wann Maik ins Geschäft zurückkehren wird. Wieso? Ja, es war halt schon belastend, immer noch, wenn das Nerv so war. Ich bin allein gefühlt, dass ich mich auf alle Fälle. Und ich konnte zum Glück. Ja, konnte ich auch sein, dass ich es nicht mag. Aber es war schon eine mega Herausforderung. V.a. wieder einmal mehr, das Thema Corona. Es konnte niemand kommen. Niemand konnte von der Schweiz kommen. Meine Eltern und meine Brüder konnten nicht, um mich zu unterstützen. Denn rein theoretisch haben wir Leute. Wir haben Leute, die uns helfen und um die ganze Welt gehen würden. Sie durften nicht einreisen. Das war auch etwas, was ich fast ... Und er trat zerbrochen. Ich würde sagen, das Positive daraus zu ziehen. Ich meine, nicht einmal das hat unsere Beziehung zum Scheitern gebracht. Und es hat uns enger zueinander gebracht. Und es hat mich enger gebracht zu meinen Eltern. Mit denen hatte ich sehr viele gute Gespräche. Ähm ... ja. Ja. Es war eine harte Zeit. Einmal mehr. Und darum sind wir ... Gell? Er ist recht stolz, dass wir es geschafft haben. Gehen wir hoch. Dumps up. Dann zack. In diesem heissen Sommer an der französischen Atlantikküste. Ferien kennen die Bauernleute nicht. Das ist sehr schön. Doch beim Schlemmen im Maison d'Éclusiers kommt zumindest das Gefühl auf. Es ist heiss. Es ist wirklich heiss. Es ist spät 39 Grad. 39 Grad? Ja. Schon morgen reist Sascha wieder nach Hause. Der 22-Jährige ist oft zu Besuch bei den Eltern. Bereits das fünfte Mal. Es ist nicht mehr so ein Katzensprung wie vorher, als du auf den Treffkopf oder ins Auto 20 Min. in den Oberhof bist. Aber mit dem Flieger hast du 2 1⁄2 Std. Wie viel? 2 1⁄2. Ja, mit Checking, mit dem Fasslook voneinander nach der Zürich. Das ist eigentlich ein Kreis. Es ist fast viel von Oberhof auf Zürich. Ich finde es so, ja. Hey! Oh! Schön, dass ihr da war. Au revoir, Maman. Vorsichtig vor, ja. Vorsichtig vor. Ja. Der kleine Can lernt früh, dass Abschied nehmen zum Leben gehört. Sommer 2022. Mike ist schon früh auf den Beinen. Nicht wegen der Arbeit. Ja, seit acht Wochen bin ich immer am Morgen um 20 bis 6 Uhr auf. Und zwar ... Weil die eine Tochter da ist, Alina, und die geht hier in die Schule. Sie macht 19.10 Schuljahr. Jetzt am Englisch lernen und ... Ja. Und die Schule fährt um halb acht Jahre. Darum habe ich das Vergnügen, morgen aufzustehen. Alina ist eine Tochter aus einer früheren Beziehung. Alina! Tust du den löschen? Ja. Wo hast du das schwarze Äckchen? Äh, im Schrank. Okay. Nicht vergessen, oder? Aber ich weiss nicht, ob ich das Farbige so mitnehme. Bist du bereit? Die Fahrt ist kurz. Zehn Minuten bloß. Fast alle Tage. Fast alle Tage fahren wir so in die Schule. Es hat sich bei uns eingeschlichen, dass ich sie morgen bringe. Es ist auch für mich, dass wir noch Zeit miteinander haben. Und am Alltag arbeitest du ja? Meistens. Meistens. Und dann nimmst du den Schubes. Ich meine, als sich das Ganze erhärtet hat, dass sie wirklich kommt, Alina zu uns auf Florida, ist klar. Es erfüllt mich mit Stolz respektive extrem Freude. Ja, ich meine, sie ist mein Töchter. Und dass sie den Wunsch von sich ausgeüssert hat. Und äh ... Ja, ich meine, seitdem, als sie hier ist, ist es komplett ein anderes Leben. Und äh ... Es ist gut. Es fängt. Also Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Es ist einfach alles so viel chilliger. Man kann es einfach so viel einsieren. Du kannst auch schlafen im Unterricht, du kannst essen, du kannst am Handy sein. In der Zeit niemand. Genau. Die Tartan Springs High School. 1800 Schüler besuchen sie. Die 15-jährige Schweizerin ist nun eine von ihnen. Musik Innerlich hatte Eva ihr Auswanderungsabenteuer schon lange losgelassen. Heute soll es offiziell sein Ende nehmen. So Gott will, werde ich das Podere verkaufen. Nicht mal einen Monat war das Podere, das Agriturismo zum Verkauf ausgeschrieben und Evas Maklerin hatte einen valablen Interessenten gefunden. Den Verkauf wickelten die Maklerin unter Treuhänder ab. Eva will nur unterschreiben müssen. Die Möbel bleiben hier. Ausgesuchte Bilder sind dem Preis nicht inbegriffen. Kann mir etwas helfen? Ja, gerne. Könntest du mir bitte die Bilder abhängen und ich verpacken sie hier? Ja. Und dann müssen wir noch Plastik ... Mit dem Rössli, hm? Ja. Von Natur aus tatkräftig und nach vorne schauend liebäugelt Eva bereits mit einem kleinen Gut in Frankreich. Ich denke, wenn jetzt wirklich diese Abmachungen eingehalten werden vom Käufer, der Alberto bei Magari aus Mailand für mich ausgehandelt hat, dann geht es mir gut. Dann habe ich, äh ... Wie soll ich sagen, eine Pfütze rauszahlen müssen, und der Rest ist wirklich gut gelaufen. Schon einmal wurde die Vertragsunterzeichnung verschoben. Heute soll sie gelingen. Im Haus der Florida-Auswanderer sind nun alle Bewohner wach. Marina ist ein Familienmensch. Ihr gefällt es, dass Alina eingezogen ist. Wir unternehmen ein bisschen mehr, sage ich mal, Mike und Ege, also mit Alina zusammen. Weil wir einfach, ähm ... Ja, ihr noch Sachen wollen zeigen. Und manchmal ... Ja, also nicht, du vergisst es, aber du unternimmst irgendwie weniger. Du bist so im ... im Alltagss-Ding drin. Und ... Ja, vergiss ich eigentlich manchmal, was alles machen können. Und mit Ehre jetzt unternehmen wir wieder ein bisschen mehr. Und ich finde es schön. Die Unternehmer beschäftigen zurzeit sieben Teilzeitangestellte. Die entlasten. Vor acht Monaten hat Mike sein Tattoo-Studio hier in Amerika eröffnet. Weniger im Waffelshop stehen, dafür seine Passion leben, das Tätowieren. Das half Mike, in seine alte Form zurückzufinden. Die Erfahrung der Krankheit aber bleibt ein Teil von ihm. Ich habe mich mittlerweile sehr gut, sehr gut erhalten. Also körperlich geht es mir wieder sehr gut. Und äh ... Ja. Ich bin wieder da. Gell, Jean? Ja, ich bin immer noch am Lernen. Also ... Gewisse Sachen ein bisschen entspannter anzuschauen. Und nicht so ernst und ... und persönlich. Und vielleicht vielleicht mehr etwas mehr das Positive denken dagegen. Erst als negativ. Schade, deine Lieblingskatze. Mhm. Die Hündin ... Juni. ... ist mit ihnen ausgewandert. Hopp, hopp. Die Katze hat Marina aufgelesen und aufgepäppelt. Bagheera ist ein vollwertiges Familienmitglied geworden. Die Juni ist ja nicht mein Tier. Das hat ja Mike eingeschleift. Gell? Mhm. Und äh ... Ja, ich habe schon gerne Haustiere. Das war halt schon immer so. Das war sicher auch noch ein Punkt, der manchmal auf einer Art stressig war. Und trotzdem hat sie es gut getan. Meine Mutter hat einmal gesagt, dass sie hier war. Sie hat gesagt, die Juni gibt euch halt schon sehr viel. Es gibt einmal Halt. Ja. Damit ist sie dann auch nicht gehen. Mhm. Im Agriturismo warten Eva, die Maklerin und der Treuhänder, auf die Käufer. Dass die Vertragsunterzeichnung schon einmal kurzfristig verschoben wurde, macht sie nervös. Am 11? Er hat mit mir um 11 abgemacht. Er hat mit mir um 11 abgemacht. Er ist schon deutsch. Er sollte eigentlich rechtzeitig sein. Vor den 11 da sein. Seit einer halben Stunde sollten die Käufer hier sein. Warten wir noch ein bisschen. Abwarten und hoffen und betten. Und... Oh! Mammelie! Freude! Freude! Drei Hamburger wollen die neuen Besitzer des Agriturismo werden. Hallo, ist gut Thorsten. Ich bin Eva. Im Frühjahr waren die Deutschen zum ersten Mal hier. Das Agriturismo hatte ihnen auf Anhieb zugesagt. So, da habe ich deinen spitzen Bleistift drin. Endlich hier. Doch noch einmal gehen sie auf eine Runde. Es geht um viel Geld. Wie du dir die Küche vorstellst, ist das alles passig? Ja, das ist alles schön. Danke für den Tourismus. Wenn der hier eine Woche oder zwei Wochen ist, der findet die Fliesen schön. Ja, die Fliesen auch schön. Was ich schön finde, ist, dass jede Wohnung hier eine überdachte Terrasse draussen hat. Gut. Wollt ihr die anderen auch noch sehen? Nein, alles gut. Alles gut, oder? Doch, wenn wir schon mal dabei sind, kommt ihr drei Minuten hier. Die ruhige Lage des Anwesens und seine Nähe zum Meer, das hat die Deutschen überzeugt. Jetzt schauen wir mal, ob die wirklich ein Kribbel darunter machen. Lange haben sie in Frankreich auf den Regen gewartet. Für 2'000 t Mais kam er zu spät. Der Ernteertrag ist jetzt in den Flachsilos eingelagert. 1'000 t Gras und 850 t Mais. Wir haben hier und hier die beiden Mais-Silos. Im Normalfall ist der Meiss-Silo einen Meter höher. Und v.a. bis vorne voll. Jetzt haben wir einen Meter tiefer. Also volumenmässig mit der Trocknung, die wir hatten. Mit dem Bewässerungsverbot sind wir noch mit einem blauen Auge davor gekommen. Einfach keine Reservenhäte. Und die Qualität wird sich zeigen, wenn man es aufmacht. Das dauert etwa 4-5 Wochen. Die Hälfte der Mais-Ernte haben die Wiesers verloren. Mit einem Zukauf konnten sie einen Teil davon wieder wettmachen. Trotz schlechter Ernte. Die Schweizer glauben an eine Zukunft in Frankreich. Die 25-jährige Melkmaschine soll durch eine Roboteranlage ersetzt werden. Dann entscheiden die Kühe, wann sie gemolken werden wollen. So können Arbeitskräfte eingespart werden. Auf Les Obiers wird bald die grösste Anlage der Region stehen. Was uns sicherlich hilft, ist, dass wir im ersten Jahr super gut arbeiten können. Ähm ... Und ja, ich meine ... Die Investitionsvolumen, die da sind ... Das sind die Hypotheken, die wir jetzt hochgefahren haben. Das ist klar. Das kannst du nicht mehr aus dem Portekessel stemmen. Und was natürlich extrem hilft, ist im Moment, was läuft am Markt. Also, Milch ist gesucht wie noch nie. Und ... Super Milchpreise ... Ja, dass es jetzt im Grunde noch ein bisschen vorig bleibt. Das Investieren habe ich halt wieder. Eine saubere Installation. Weil das ist die Letzte in meinem Leben, die ich mache. Die muss ... die muss halten. Wegen des Melkens früh aufstehen gibt es dann nicht mehr. Nein, nein, Fahnenbeite stehen. Das ist wirklich streng. Ja. Jan lernt das Bauern von der Pike auf. Oder er ist umgestellt, absichtlich. Jan soll auch mit der Aufzucht der Kälber vertraut werden. Danke. Alexandra geniesst die Zeit mit dem jüngsten Sohn. Gut, und jetzt sind es vier Liter. Du hast aber drei Kälbe. Ja, und? Ja, dann fehlt hier noch. Du hast zwei noch zu, oder? Ja, also. Nein, jetzt drücken du hier drauf. Noch mal. Das ist schon gut. Finger weg, sonst kommt man mal. Wir haben jetzt den ganzen Sommerdauer, wirklich zwei, drei Monate lang, ich weiss es nicht mehr. Seit dem März her war das Haus eigentlich immer voll. Also wir haben immer gesucht. Es waren auch meistens alle Zimmer gesetzt. Ja. Also war das Heiweh nicht da, oder das Verlangen, weil alle da waren. Und jetzt ... Jetzt ist mal Ruhe. Jetzt bin ich ehrlich gesagt froh, dass kein Besuch ist. Über die Kleinen nähert sich Jan langsam den Grossen an. Vor den ausgewachsenen, 700 kg schweren Kühen hat der 10-Jährige noch gehörigen Respekt. Dann machen wir das gemütlich zur Nacht. Jetzt kannst du das Taxi-Legos waschen. Tochter Alina ist in der Schule, Papa Mike und Marina öffnen Punkt 11 Uhr den Waffelshop. Die Angestellten übernehmen das Geschäft im Laufe des Nachmittags. Jetzt habe ich die verdammten Scheissfolie gestern gewechselt. Ich habe ihr es noch extra gesagt. Dann hat sie nur gelacht. Gestern meine Folie gewechselt, heute sieht es drin wie so. Gibt es gar nicht. Sie könnten zusammen schnell putzen. Nein, vor allem dieser hier. Das war super gestern. Wir lassen es einfach. Wir lassen es einfach. Wir können es ja noch drehen. Das ist mir ein Rätsel. Das werde ich nie verstehen. Wir haben wirklich sehr viele Junge angestellt. Und die sehen es halt einfach anders oder nicht. Als ältere Leute halt. Und ja. Aber ich meine, andererseits können wir uns glücklich schätzen. Wir hatten jetzt einen Oben frei. Und wir können die Mitarbeiter arbeiten lassen. Wir haben keine schlechte Bewertungen. Wir haben super Kundenfeedback. Dass unsere Angestellten mega freundlich sind und so. Und ich rufe mich dann wieder an dem. Es regt mich zwar zwischendrin auf, aber ich rufe mich dann wieder an dem, dass ich sage, komm, wir sind Amerikaner. Der amerikanische Kunde hat ja Freude. Also, was sollte ich mich aufregen? Gelassenheit. Maik kann noch einiges von Marina lernen. Wir sind eigentlich sehr zufrieden, wie es läuft. Sommertöre ist immer so ein bisschen unsere High-Season. Also, es läuft extrem viel. Und jetzt kommen so ein bisschen die ruhigeren Monate. Also, September, Oktober, November ist immer so ein bisschen ruhiger. Und ab Dezember, Januar wird es wieder mehr sein. Aber im Grossen und Ganzen sind wir sehr zufrieden. Wir sind jetzt froh, dass wir Mikes Weihnachten noch haben. Also, das Tatouieren. Denn dann kannst du immer die schlechteren Monate ein bisschen ausbalancieren gegenseitig. Er hatte z.B. im Sommer etwas weniger Tattoo-Aufträge. Dafür hatten wir hier viel mehr. Marina und Mikes amerikanisches Geschäftsmodell funktioniert. Ben Browning war Mikes erster amerikanischer Tattoo-Kunde. Die beiden haben sich im Waffel-Shop kennengelernt und sofort verstanden. Bens Körper bietet einigen Platz für Mikes Kunst. Ready? Ready? Because I'm ready. I'm ready too. Let's do it. So, let's go. Tätowierungen gehören zu Bens Geschäft. Er ist Liedsänger einer Heavy-Metal-Band. How many hours? It's up to you. No. You'll get tired before me. Yeah. I think we start with the stencil, just some lines, and then we do finish the bear. Never once did I ever think about putting a bear on my body and then all of a sudden you tattooed a bear on my wrist. We're probably gonna wind up with like four or five more bears on me. Kinda fits my persona, right? Yep. Oh, it's freezing. Mike hat Glück. Er konnte sich auch im Shopping-Center zwei Minuten vom Waffelshop einmieten. I think I've done so much work in that chair that you should put my name on it, Mike. The only thing he didn't do on this arm was this. Very creative. Cause like on the other side of my family tree was a lot of Native American. And I said, well I need to represent that side too. And so he put the bear here and then we're going to put the Native American up on the shoulder. You're ready? Zu Spitzenzeiten, wie ich es eigentlich bis in August hatte, bin ich noch zehn Stunden im Wanderwaffel-Store und den Rest bin ich am Tätowieren. Also ziemlich oft hierhin. Wir meinen, ich mache ein Tattoo-Studio auf, und dann noch ein kleines, noch mehr, nicht noch andere angetestet. Ich pierce ihn. Und werde dann so überrannt. Das übertrifft all meine Erwartungen. Aber es ist ... Ja, ich mache es gerne. Ich lebe dafür. Es ist relaxing für mich. Und von daher ... Nehmen wir es. Es geht fast. Almost done with the lines. That's the fun part. Ja. In Italien ist die Unterschrift gesetzt. Der Kaufvertrag gültig. Ist das gut? Ja. Oder morgen. Gut gemacht. Das ist kein Problem für mich. Vielen Dank, dass du das so gepflegt über Gips. Weil das sah ja etwas anders aus. Vielen Dank, weil wir haben das Projekt gekauft. Es wird noch gepflegter sein, weil wir das alles noch staubsaugen und alle Fliegen wegputzen. Weil ich bin eine Schweizerin und das kann ich nicht. Ruckzuck und die Deutschen müssen weiter. Klar, klar. Können wir das bitte? Ja. Diesen feierlichen Akt beschliessen wir mit der Schlüsselübergabe des Poderes an Fora della Vita. Eva, ich bedanke mich. Okay. Ciao. Und mit diesem Akt beendet Eva ein weiteres Kapitel ihres Lebens. Ciao. Dass sie ein Agriturismo in der Toskana besass, ist somit Geschichte. Eine wechselvolle Geschichte. Eine Geschichte, in der sich Traum und Realität nicht finden konnten. Das habe ich eigentlich nie, dass ich wie eine Art zurück schaue und denke, auch hätte ich doch nicht. Das denke ich nie. Ich denke, ich habe etwas daraus gelernt. Ich konnte ganz viele Erfahrungen machen. Und ich habe auch für mich gesehen, es ist nicht meine Gegend. Das finde ich eine sehr gute Erkenntnis. Und von daher bin ich nicht auf mich verrückt, dass ich jetzt irgendwie diese Erfahrung mache, sondern ich bin dankbar, dass ich sie machen konnte. Und ich habe auch mit meinen Kindern abgemacht, dass es nicht mehr weiter ist als sechs Stunden von der Schweiz weg. Weil ich ja nicht jünger werde. Bestimmt. Eva wird nicht jünger. Ihre Abenteuerlust jedoch scheint ungebrochen. Ich arbeite heute über die Agilität, über die Balle conduite, über die Mätrise des Ballons. Okay? In Frankreich ist Can einem Fussballclub beigetreten, dem ASR Maschkul. Der Mannschaftssport hilft, in der neuen Heimat Fuss zu fassen. Das macht er gerne. Vor allem hat er hier noch die Schulgespönde. Der eine hat jetzt gerade etwas am Fuss, das er eigentlich nicht schotten sollte. Mit ihm geht er in die Schule. Da ist noch mal einer, der noch in die Schule geht, was zusammen geht. Und das sind dann noch neue Gespönde. Das sind recht unkomplizierte Kinder. Sie haben ihn extrem gut aufgenommen. Auch am Anfang sprachlich. Sie haben extrem abgeholt. Und mit Gesten. Ich glaube, die Kinder machen das schon. Mit Händen und Füßen haben sie ihm geholfen. Und heute mittlerweile ist das gar kein Problem mehr. Ist das die Rulette? Du kannst sie eviten. Ja, das ist gut. Du musst dich noch mehr integrieren, wenn du ein Kind hast. Das ist schon klar. Das ergibt sich dann auch so. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht rum wäre, wäre man schon eher, Sondra und ich, mehr auf die Form, auf den Hof fixiert. Und dadurch ist es natürlich schon ein bisschen offener. Du hast mehr Anlässe, wo du bist. Und logisch sprachst du dann auch. Und sie nehmen die auch gut auf. Sie sind natürlich extrem neugierig. Die Franzosen natürlich auch mit den Schweizer. Das merkt man schon auch. Sie wollen hier auch die Sachen erfahren. Wieso? Warum? Und wieso gerade da? Und wieso sind ihr nicht in der Schweiz geblieben? Es ist reich, Schweiz. Ihr habt doch alles. Ja. Keine Freizeit hat heute der Vater. Der unermüdliche Macher ist einmal mehr ... ... am Optimieren. Du weisst ja, wie es ist. Am Schluss der grösste Scheiss macht immer der Chef. Und wenn du das nicht bereit bist, zu machen, dann bist du nicht Chef. Ein bisschen günstiger auf dem Kanapé. Wiesers schaffen sich einen neuen Misstschieber an. So. Der Alte hat seine Tücken und bleibt immer wieder hängen. Bei 8'000 Kubikmeter Jauche im Jahr muss der funktionieren. Ich habe eine andere Idee. mit den Kautschuk. Ja. Es gibt ... Ja, es ist einfach wieder mal ... ... die Superingenieuren, die so Sachen konstruieren. Wir haben überall ... Das läuft nachher in den Kühen, permanent. Das ist programmiert. Und wir haben überall scharfe Kanten. Das verstehe ich nicht. Man pense aussi. Er fait un peu de petits points. Je ne sais pas, mais ça c'est très dangereux. Die Kühe sind Familie Wiesers Lebensgrundlage. Ihnen darf nichts zustossen. Hast du gerade reingesetzt? Cool. Super gemacht. Wir sind jetzt nicht die Beste, aber auch nicht die Schlechste. Ja. Ja. Hoi! Fini? Willst du noch etwas rübernehmen? Alles gut? Müde? Pierre! Can ist nicht nur auf dem Hof Les Obiers angekommen, er hat in Frankreich auch Freunde gefunden. Boah! Est-il pas froid? Non? Au revoir! The classics, it's Nutella, strawberry, banana, kiwi. Okay, I'll have that one. Yeah. Trotz der Freude am Waffelshop. Etwas hat Marina spätestens in den USA gelernt. Veränderungen können unangekündigt und plötzlich kommen. Ein weiteres amerikanisches Standbein wäre gut. You're welcome. Thank you. Und Marina hat auch schon eine neue Geschäftsidee. Ich mache es immer noch sehr gerne. Ich bin gerne hier, v.a. wenn wirklich viel läuft. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich noch etwas brauche, das ich selbstständig bin, aber nicht ortsgebunden bin. Das wäre mein grösster Traum, so zu arbeiten, dass es keine Rolle spielt, in der ich bin. Und dann bin ich interessiert an VA, also einem virtuellen Assistent. Über eine eigene Homepage möchte sie Firmen kaufmännische Dienstleistungen und Inhalte für deren soziale Medien anbieten. Aufgaben, die sie während der letzten zwei Jahre täglich für den Waffelshop macht. All right, that's that one. Weitere Angestellte, wie ihre Store-Managerin Maddy, sollen das bald möglich machen. Schon am frühen Nachmittag Schluss machen, das liegt heute schon drin. Bye. Tschüssi. Tschüssi. Bye-bye. An der Tartan Springs High School ist jeweils um 14 Uhr Schulschluss. Die Austauschstudentin Alina kommt mit dem Bus nach Hause. Obwohl hier beim Papa alles cool und easy ist, schnell hat sich die 15-Jährige in den USA nicht eingelebt. Also am Anfang war es ganz schlimm. Also ich habe wirklich alle Tage im Zimmer geredet, weil ich einfach alles vermisst habe. Aber jetzt mittlerweile, durch die Unschützung von Papa bin ich, sind wir wieder hochgekommen. Aber es gibt immer so Zeiten, wo einfach dieses Heim vermisst. Ich glaube, das ist etwas völlig Normales, weil ich bin auf einem anderen Kontinent. Also, ja. Hallo? Hoi. Hallo. Hallo. Kann man da mal ein paar Schuhe machen? Ja. Kann man da mal ein paar Schuhe machen? Ja, genau. Ihr Englisch muss Alina noch verbessern, bestimmt. Bereits gelernt aber hat sie, es lohnt sich nicht sofort aufzugeben. Vielleicht hat sie das beim Vater abgeschaut. Heute geht's in den Norden der Stadt nach Port Ritchie. Hier gibt es die legendären Tiki-Bars. Der Besuch einer solchen Bar ist ein Must. Ein weiteres Must ist der Mückenspray. Ohne Spray geht man in Florida nicht ans Wasser. Es ist vielleicht in meine Sterne gestochen. Hast du sie auch eingesprayt? Ja, in meine Sterne. Nein, aber Alina, wenn es hier kommt, dann kommen sie auch hier überall. Ja, den hältst du mir egal. Egal. Die Verbundenheit mit der Familie war für Marina schon immer wichtig. In den USA hat sich dieses Gefühl noch verstärkt. Wir kommen gut miteinander zu Schlagen. Ich kann mit Alina über viele Sachen sprechen, wo sie vielleicht mit anderen nicht sprechen kann, weil ich irgendwo eine Aussenstehende bin. Gleich gehöre ich halt zur Familie. Und ich versuche ihr zu helfen, wo ich nur kann. Weil sie ist für mich wie meine eigene Tochter. Das ist mir ans Herz gewachsen. Wir haben uns extrem gefreut. Ich meine ... Wir hatten sonst vorher schon extrem viele Kontakte, als wir noch in der Schweiz waren. Und in den letzten Jahren haben wir, oder auch ich, extrem darauf geplant, dass die Schulzeit fertig ist und sie kommt. Das ist immer noch der gleiche Alter. Danke. Ein bisschen älter, aber ja. Danke. Das ist eigentlich nicht mehr der gleiche Alter, sondern der älter jetzt. Der ältere Alter, genau. Der Waffel-Shop war das Ticket zu ihrem amerikanischen Traum. Heute hat Mike zudem ein Tattoo-Studio und auch Marina will bald neue Pläne in Angriff nehmen. Es scheint, die Schweizer haben ihren amerikanischen Traum noch lange nicht ausgeträumt. Vielleicht wird Can Farmer in Kanada. Das Rüstzeug dazu bekommt er in Frankreich. Sein Papa lässt ihn heute zum ersten Mal den Futtermischer lenken. Die grösste Maschine auf dem Hof. Elf Tonnen schwer ist sie. Jetzt fährst du langsam hin, dann fährst du den Kopf und den Ding rauf. An Kinder ziehen, an Kinder ziehen. Amei, 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 amei. Okay, super. Bis du darüber hinaus bist. Das ist doch nicht passiert. Jetzt fährst du langsam. Sehr gut. Das macht das super. Vor allem hat sie auch ein mega Interesse an der Maschine. Mehr an der Maschine als an den Tieren. Aber das ist egal. Schritt erfahren. Da sind überall die Kameras. Und da ist der Spiegel. Das Auftanken der Maschine ist Teil der heutigen Aufgabe. Wichtig ist, dass man es leger und locker nachher führt. Wenn es will. Wenn ich jetzt wahrscheinlich sage, du musst jetzt mit mir Futter mischen, dann wäre das etwas anderes. Wenn er will. Dass er selber die Motivation bekommt, für das zu machen, was ihm auch Freude macht. Und dass er ein bisschen Flair für die Maschine hat, das weiss ich schon. Man ist manchmal wöler. Oder er sitzt auf dem Teleskopladen über irgendeine von den Mitarbeitern. Alles will gelernt sein. Auch das akribische Führen des Tankbügleins. Ja, Can ist motiviert. Doch was immer er künftig machen wird, an Selbstvertrauen soll es ihm nicht mangeln. Denn wenn nur schon die Eltern an einen glauben, ist alles möglich. Auch die Auswanderung seiner Eltern ist geglückt und ist damit ein gutes Beispiel, dass sich Träume erfüllen können. Das wollen auch Anita Thomi und Alain Ägater. Mit über 60 Schildkröten und Schlangen wandern sie nach Griechenland aus. Ihre Idee, Ferien für Rektilienfreunde anbieten. Das ist so ein Zeichen, dass wir wirklich hierbleiben, wenn man das eigene Bett aufstellt. Aber das Schicksal hat einen anderen Plan. Ein verheerender Waldbrand legt ihr neues Daheim in Schutt und Asche. Das lacht mich aus. Es sind Millionen von Sachen. Ist der Auswandertraum von Anita und Alain damit gescheitert? Eingeständigkeit und mehr Zeit miteinander. Das sucht Familie Rotzler. In Schweden soll der Wunsch Wirklichkeit werden. Sie kaufen eine Ferienanlage mitten im Wald. Die Anlage auf Vordermann bringen wird zur Herkulesaufgabe. Bis vor ein paar Tagen hatten wir ein anderes Zuhause. Einen ganz anderen Ort. Es ist mega schön. Gratis dazu viel Gerümpel. Oh ja. In den nächsten zwei, drei Jahren werden wir damit beschäftigt sein, einfach mal wirklich auszumisten, aufzuwäumen. Die Anlage auf Vordermann bringen wird zur Herkulesaufgabe. Nicht aufs Bett! Ich habe das schön gemacht für die Gäste. Schau, dass du es gerade hättest. Bleibt da noch Zeit für mehr Familienleben? Es macht die Mahlzeit. Und auf und davon nach Kanada. So schön. So schön. Auf Prince Edward Island glauben Barbara Hasenböhler und Thomas Range noch etwas bewegen zu können. Ihr riesiges Anwesen wollen sie in ein exklusives Gästehaus verwandeln. Du hast hier das 10. Zimmer. Und dann hast du hier ja komplett offen mit der ganzen Meeresfront. Doch alles verzögert sich. Wenn wir Juli, August nicht offen haben, dann haben wir ein finanzielles Problem. Ja, ganz klar. Als der Umbau endlich läuft, bricht sich Barbara einen Knöchel und fällt aus. Ja, Schatz, ob ich rutsche aus dem Rollstuhl raus? Werden sie trotzdem rechtzeitig eröffnen können? Bin ich happy in der Situation? Nein, bin ich nicht. Die neue Staffel. Ab 6. Januar auf SRF 1. Und sie leh ich alles zurück. Auf der Suche ich für ein neues Daheim. Sie geh hört noch auf und davon. Auf und davon. Mit der Mobiliar. Versicherungen und Vorsorge.